So, da steht er nun beim Fotoboos. Fertig ist er. Naja, zumindest passt das Aludibond für die Tür links und rechts sind leider noch nicht gekommen. So, jetzt schauen wir mal hier auf der Seite. Da wird gerade ein Update gefahren. Wenn ich im Zwei-Kamera-Betrieb arbeiten will, muss ich nur das Plexiglas austauschen. Und die Kamera wird in Angestänge montiert. Hier, da, so ungefähr. Genug Platz ist vorhanden. Es sind zwei Studioblitze integriert. Die Kamera sitzt in der Mitte, der Drucker ist integriert. Und das Ganze kann man starten mit meinem Buzzer. Ich versuche das mal beides mit drauf zu kriegen. Jawohl. Und ich hau mal auf den Buzzer. Und es geht los. Countdown zählt runter. 3, 2, 1. Das Loch gucken steht denn da als Meldung. Zweite Foto wird gemacht. Jawohl. Bei jedem Foto steht unten ins Loch gucken. So, jetzt hat man die Möglichkeit, das Foto per E-Mail zu schicken, Facebook oder auszudrucken. Oder man sagt einfach, ne, will ich nicht. Klickt auf Done. Vielen Dank, sagt er. Und weiter geht's. Ich freue mich. Untertitelung des ZDF, 2020